Hallo Möwe, was ist los? Warum bist du denn so traurig? Ich bringe den ganzen Müll, der hier rumliegt. Das kann so nicht weitergehen. Wer macht sowas? Wie können wir dir helfen? Wie können wir dir helfen, den Müll aufzusammeln? Okay, den lassen wir lösen. Ja! High Five! Wow, das hat ja wirklich super funktioniert. Dank eurer Hilfe ist der Schlosspark wieder total sauber. Sag mal, macht ihr das eigentlich öfter? Ich glaube, ich habe euch das schon mal gesehen. Das Logo machen wir jetzt. Das ist doch wichtig. Und wann macht ihr das das nächste Mal? Am 24. April hier in Bettburg von 10 bis 16 Uhr. Wow, okay, cool. Dann würde ich mal sagen, macht alle mit am 24. April hier in Bettburg. Hä? War noch mal? Also macht mit und seid dabei. Hier am 24. April im Bettburg von 10 bis 16 Uhr. Bis zum nächsten Mal.